Yo Freunde was geht und damit herzlich willkommen hier heute zu diesem Video und zwar ist es heute ein komplett anderes Video, es hat nichts mit Gaming zu tun, sondern ihr habt schon im Titel und im Thumbnail erkannt, es geht heute um die Killer Clowns und zwar im Jahr 2017 und nicht im Jahr 2016. Letztes Jahr, denke ich mal, hat jeder mitbekommen, war ja eine riesige Sache in Deutschland, in den USA, in Österreich, überall waren diese Killer Clowns unterwegs und ja, nach Halloween waren diese allerdings auch wieder direkt weg. Vor Halloween waren die halt überall unterwegs, es gab da diese Pranks auf YouTube und ja, es war halt ein riesiger Trend und 2017 war bisher noch nichts, aber es fängt jetzt wieder an, es wurden wieder Killer Clowns in den USA gesichtet, es wurden Killer Clowns in Österreich gesichtet und wie soll es auch anders sein, es wurden natürlich auch Killer Clowns in Deutschland gesichtet. Es geht jetzt aber auch weniger, was ich in dem Video sagen möchte, um die Killer Clowns, sondern eben, dass es ein neuer Trend, der natürlich sehr eng mit dem Killer Clown Trend verwandt ist, gibt und zwar diese roten Luftballons. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand von euch tatsächlich schon mal einen Luftballon, einen roten, irgendwo auf der Straße oder an einem Kanaldeckel oder irgendwo gesehen in einem Wald und ja, da würde es mich freuen, wenn ihr das mir in die Kommentare schreiben würdet oder ihr könnt mir auch, wenn euch irgendwas da passiert ist, schon in der Richtung jetzt 2017 natürlich, könnt ihr mir da auch gerne eine Nachricht auf YouTube schreiben, eventuell mache ich dann auch ein Video darüber. Das ist halt eben neu und Stephen King zum Beispiel hat eben auch in seinem Haus so einen Luftballon aufgehängt, in seinem Haus, sodass man ihn von außen sehen konnte und ich denke mal, jetzt werden es viele schon wissen, worauf ich hinaus möchte und zwar fängt ja am 28. September der neue Film ist im Kino an, also das Remake von dem Film von 1991 und gerade da, da auch dieser Film dieses Jahr ins Kino kommt, war es mir auch klar, dass da irgendwas passieren muss und natürlich ist es auch passiert, ja, Killer Clown sind wieder unterwegs, diese Ballons und ja, ich möchte euch in dem Video einfach mal so ein bisschen warnen, seid ein bisschen vorsichtig, ja, achtet einfach mal ein bisschen drauf, ob irgendwo vielleicht jemand steht, ein Killer Clown, ob irgendwo diese Ballons hängen. Ja, es sind jetzt noch heute, wo ich das Video aufnehme, 51 Tage bis Halloween, also es ist noch eine gewisse Zeit, aber trotzdem, der Film startet im Kino ab dem 28. September und das ist etwa einen Monat vor Halloween. Ich denke eben, dass man halt sich in der Zeit ab dem Kinostart schon darauf gefasst machen kann, dass wieder vermehrt diese Clowns gesichtet werden und ja, seid einfach vorsichtig, wenn ihr abends gerade unterwegs seid und meidet vielleicht auch gewisse Orte abends, wobei man natürlich sagen muss, man sollte sich auch nicht komplett einschränken wegen irgendeinem Trend. Seid einfach ein bisschen vorsichtiger als sonst und ja, ich denke mal, ich halte euch auf dem Laufenden. Bisher gibt es eben noch nicht so vieles, was bekannt ist. Das Wichtigste habe ich jetzt auch gesagt und ja, ich möchte das Video auch jetzt nicht so lange machen. Ich denke mal, wenn sich irgendwelche neuen Sachen ergeben, werde ich euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden erhalten und ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder, Freunde. Lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da, dann seid ihr auf jeden Fall direkt, wenn ich ein Video darüber hochlade, kriegt ihr es mit und könnt es euch reinziehen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dahin, ciao.